Wir vom Tierheim Bocholt nehmen jedes Jahr knapp 1000 Tiere bei uns auf. Eigentlich, denn der laufende Betrieb kostet uns jeden Tag 1300 Euro, monatlich ca. 40.000 Euro und damit eine halbe Million jedes Jahr. Und das war noch vor Corona und der Energiekrise. Nur 30% des Geldes kommen durch unsere Vertragsstädte. Der Rest muss durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit finanziert werden. Und wenn es so weitergeht, wissen wir nicht, ob es uns im nächsten Jahr noch geben wird. Wir brauchen jetzt die Hilfe von allen Bocholterinnen und Bocholtern. Spendet Geld oder auch Zeit, damit wir auch im kommenden Jahr den Tieren noch ein Zuhause geben können. Spendet Geld Eisenberg Spendet Geld Spendet Geld Spendet Loge Spendet Geld Spendet送 Spendet krijgt